Ok, ich geh mal da runter. Ich hoffe das ist ne gute Idee. Ja ja, sei mal lieb. Er rennt oben irgendwo rum. Können wir den Typen noch looten? Oh Gott. Ok. Ja 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 ja. Alles gut. Sei lieb. Sei brav. Nein 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 nein. Sei brav. Ich tu dir nix. Du tust mir nix. Ok. Ja ja ja. Ich guck dich immer an. Ich guck dich immer an. Was zum Geil. Wie war das gerade? Hauptsache es kommt mir halt zu nah. Ja 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 ja. Ist ok. Wollang muss ich jetzt eigentlich? Ich guck dich an. Ich muss nur da lang. Gehst du jetzt? Ok. Gehst du weg? Gut. Ich hab irgendwie Angst mir den Rücken zuzudrehen. Weil er sagte ich soll nicht den Rücken zudrehen. Ich glaube wir müssen nach oben. Oh oh. Oh oh. Schein. Ok. Er ist oben. Komm mir durch. Soll ich es wieder aufsprengen? Soll ich nach oben gehen? Im Teil noch nicht so richtig wo wir hin muss. Oben kommen wir irgendwie nicht. Äh. Oh oh. Oh 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 oh. Seid lieb. Seid lieb. Ja 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 ja. Hauptsache. Oh oh oh. Guck guck. Guck guck. Rück das mal an. Guck das mal an. Seid ihr das? Ok. Man darf ihn echt nicht aus den Augen lassen. Sonst greift er einen instant an. Alter. Okay, okay, ich mach den Fehler, ist okay, warte mal, vielleicht, ich, 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 ich nix. Hau ab, hau ab, sei lieb. Ich wollte ihm einfach nur zeigen, wer der Boss ist, aber irgendwie ist er der Boss. Okay, wenn er den Rücken zudreht, dann ist gut. Ich hau jetzt hier ne... Ja, ich hau jetzt hier ne Nate hin. Äh, Nate. Ich hoffe, das macht hier nicht wütend. Ja, man klingt nicht sehr beeindruckt davon. Okay, dadurch, dadurch, dadurch kommen wir auf jeden Fall nicht. Was? Wow, 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 easy, 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 bro, easy. Ich will dir nix tun, komm. Geh weg. Hau ab, komm. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss, ey. Ich glaub, ich geh nochmal wieder zurück. Da kommen wir gar nicht zurück, oder? Ne, wir kommen gar nicht zurück. Das heißt, wir müssen hier unten lang. Faktisch gesehen. Frage ist, wie kommen wir da oben hoch? Ich kann den ja platt machen, möglicherweise. Weiß ich nicht, vielleicht kann man ihn auch gar nicht töten. Ich weiß auch nicht so wirklich, ob ich mich mit dem anlegen soll. Vielleicht müssen wir den killen, um weiterzukommen. Aber ich hab irgendwie das dumme Gefühl, dass wir den nicht so schnell platt kriegen. Ah, wirst du wohl... Ach so, ach so läuft das hier. Okay, dankeschön. Äh, ist okay. Hey, dank dir, dank dir, dank dir, dank dir. Komm, okay. Guck mir nicht so böse an. Geh weg. Nein, nein. Aus. Mach Platz. Mach Platz. Oder wirst du wohl... Ne, 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 ne. Guck mal, ich geh jetzt hier lang und dann bin ich weg. Siehst du? Guck mal, ich bin's einfach. Nein, du brauchst jetzt nicht hinter mir hergehen. Äh, siehst du? Ich geh hier einfach rückwärts, siehst du? Ja, so ist brav, genau. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo kommt der jetzt her? Will er mich verarschen, oder was? Ah, 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 ah. Okay, ich soll ihn angucken, ich soll ihn angucken, ich soll ihn angucken. Ja, 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 ich guck ihn an, ich guck ihn an. Ich guck ihn noch an. Geh weg. Oh, das gefällt ihm nicht. Oh, das gefällt ihm überhaupt nicht. Nein, sei lieb. Sei lieb. Sei lieb. Es tut mir leid, ich hab Fehler gemacht. Sei lieb. Ich glaub, es gefällt ihm gerade gar nicht. Ich glaub, er ist grad ziemlich mad. Ich hab irgendwie nicht das Gefühl, dass wir den töten können. Alter, das ist echt eine ganz dumme Idee. Ja, ich will nicht auf ihn schießen, aber er lässt mir ja keine Wahl. Alter! Bleibt jetzt zurück. Lass mich in Ruhe. Sei mir doch lieb. Bitte. Ich hab dir doch... Es tut mir leid. Bitte. Ich will doch gar nicht... Ich will doch nichts tun. Es tut mir leid. Bitte. Bitte. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, du magst mich nicht. Ja, mach mich halt fertig, ey. Alter, jetzt mal ehrlich. Was soll ich da machen? Ach du Scheiße. Ich war wieder allein. Schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Ja, das hab ich gerade verstanden, was er damit meint. Okay, wir legen uns nicht hinweg an. Das ist eine ganz blöde Idee. Naja, ich schieße nicht auf dich. Ja, ja, ja. Wieso steh ich hier nur? Sei nicht böse. Ich kann hier nicht weg. Ich würde hier ausweichen wollen, aber du lässt mich ja nicht. Ah, 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 ah. Hauptsache, er rennt immer direkt los, wenn er kurz den Sichtkontakt von mir verliert. Okay, wir dürfen dem nichts anhaben. Ich darf nicht auf ihn schießen. Aber ich hab mich gerade so erschrocken, Alter. Schau doch einfach mal hinter mir, ey. Das war echt überhaupt nicht lustig. Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt das Ding da wieder auf? Können wir den irgendwie vielleicht da grödern? Jetzt haut er nach oben ab. Können wir den gerne locken mit Schüssen? Ich weiß noch nicht, wie lange wir hier warten müssen, bis der hier mal das Ding da aufmacht. Okay. Ah, okay. Dankeschön. Alter, dieses Geräusch, das ist richtig fies. Man dreht sich dann zwangsläufig um, irgendwie. Ja, 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 ja. Ja, ja. Da haust du wieder ab. Lässt du mich in Ruhe? Bist du lieb? Bro, du bist halt, der kam mir gerade irgendwo runtergesprungen. Ah, da ist er. Nein, 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 nein. Sei lieb, sei lieb. Sei lieb. Bist du lieb? Hauptsache, er ist mir... Was soll ich da denn machen? Jetzt mal ehrlich. Er greift mich halt sofort an, der Arsch. Ja. Okay, E. Ja, ich habe E gedrückt. Okay, danke. Toll. Klasse. Alter. Was zum Teufel? Ja, genau. Crash hat das Game erstmal. Kann man machen. Moment mal gerade. Irgendwie ist mein Game gerade einfach rausgegangen. Das habe ich jetzt gar nicht gerafft. Boah, ey. Was ist denn viel, ey? Nein. Ich möchte jetzt einfach das Game gerne so starten. Hoffentlich hat er das ja gespeichert zuletzt. Ich gehe mal wieder ins Spiel rein. So, jetzt passt es. Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Die Frage ist, was soll man da machen? Das Ding bricht das Ding auf. Ich gehe in den Reinen und es kommt zweimal direkt angelaufen. Ich könnte natürlich jetzt wie so bescheuert halt weglaufen. Irgendwie versuchen da den Weg zu finden. Hallo. Ja, 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 ja. Na, guck ihn dir an. Guck ihn dir an, wie er am losgespritten ist. So, jetzt kommt er hoch. Dann müssen wir hier so ein bisschen anlocken. Komm her. Rücken zudrehen. Hindrehen. Na, komm. So, machst du mir die Tür auf, bitte? Bitte? So, geil, ey. Einmal so hinter den Pfosten, das Ding kommt sofort angelaufen. Hui, hallo, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Wie soll? Du sollst das Ding da hinten aufmachen und mich nicht dumm hinterherlaufen, du böses Gorilla-Monster-Vieh, ey. Alter. Jetzt mal ehrlich. Ja, ich gebe dir da hinten. Ja, ich gebe dir da hinten. Du sollst dich da wieder hochgesolzen. Oh, verdammte Scheiße. Du sollst dich hier aufmachen. Mach ja auf jetzt. Kommst du jetzt mal wieder runter da oben. So. Oh, genau, mach auf da. Das Problem ist, er kommt instant zurück. So. Genau. Das habe ich schon bestanden. Haut er wieder nach oben ab und, äh... Und dann kann ich halt in den Gang langen. Das Problem ist, dass, sobald ich den Gang langen kann, kommt ja das Vieh direkt schon um die Ecke. Und der ist voll aggro irgendwie. Jetzt ist es das Gleiche oder es ist ein Zweiter. Ich wollte nur looten. Ich wollte nur looten. Nein. Sei lieb. Ja, 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 ja. Das ist wie passend gerade. Ja, ich bin total langweilig. Ich bin total langweilig. Die Frage ist, wenn das viel noch da... Jetzt ist er nach oben gesprungen. Jetzt rennt er nach oben rum. Das Problem ist, er rennt. Ich weiß nicht, aber dass alles dasselbe ist. Vielleicht muss ich auch warten. Also, ich weiß, ich kann ja mal warten. Der kann so schnell niemals da hinten hinrennen. Ich meine, ich weiß zwar, dass der schnell ist, wenn man sich Kontakt verliert. Jetzt kommt er da wieder runter. Ja, 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 ja. So. Jetzt gehst du da lang. Und jetzt? Okay. Nee, okay. Er rennt immer wieder hin und her. Die Frage ist, was mache ich? Weil da hinten kommt nämlich so ein Vieh um die Ecke. Und das scheint nicht das Gleiche zu sein. Okay. Ja, okay. Es tut mir leid. Du hast mich aus den Augen verloren. Es tut mir leid. Dann bist du ganz mad. So, okay. Lässt du mich jetzt in Ruhe? Okay. Lässt du mich in Ruhe? So. Soll ich jetzt zurück? Hier kommt. Jetzt sehe ich, dass es ein zweites ist. Es ist definitiv ein zweites. Okay. 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 Jetzt habe ich mal ein zweiter. Ich darf nicht direkt da reinrennen. Okay. Das sagt mein GPS. Halt er aus. Wahrscheinlich da lang. Kann ich auch direkt die Waffe draußen lassen, weil ich darf eh nicht auf den schießen. Checkpoint wäre ganz nett. Hat er mich eingeschlossen. Kann man machen. Sonst kann man dann kein Vieh mehr hinterher rennen. Das ist schon mal gut. Ist nicht von der Seite. So. Wahrscheinlich muss ich da gleich wieder langen und dann muss er mir gleich wieder aufmachen. Ja, hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. GPS sagt. Na. GPS sagt da lang. Da lang. Da komme ich aber nicht durch. Jetzt hat er ja nichts. Spreng es mir wieder auf. Oder muss wieder warten, bis das komische Vieh hier ankommt. Hallo, Vieh? Ich kann aber wieder so eine Nate hier hinwerfen, aber ich weiß nicht so richtig, ob das was bringt. Jetzt reicht es auch, das Ding einfach aufzuschlagen. Ja, ist auf jeden Fall offen. Ja, 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 ja. So, so ist brav. Irgendwo oben rum. Okay. Da sind zwei jetzt da oben hängen, ey. Kann man machen. Okay. Okay. Ja, 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 ja. Hier bin ich. Du siehst mich. Du siehst mich. Ja, 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 ja. Ich weiß. Ja, ja. Oh, kacke. Ich komme nicht mehr weiter. Nein. Geh weg. Geh weg. Ich komme nicht näher. Ich will ungern mich mit dir anlegen. Okay. Okay. Oh, scheiße. Mann, das war versehen. Ich wollte doch nicht schießen. Das war versehen. Du hast mir Angst eingejagt, Mann. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Okay, es tut mir leid. Hau ab. Hau ab. Alter, ey. Meine Fresse. Jetzt mal ehrlich. Man ist echt angespannt, ey. Das Vieh greift dann halt an und aus Reflex drückt man halt auf die linke Maustaste. Das ist so, äh. Ja, weiß ich auch nicht. Ich muss aber eine Sache gerade mal machen. Ich muss mal ganz kurz raus tappen. Weil man mir das Live-Bild nicht anzeigt. Ja. Wieder nicht funktioniert. Klasse. Im Moment, also nicht böse sein, wenn ich gerade mal ein bisschen herz. Sonst sehe ich nicht, wenn mir jemand schreibt. Ah, ich glaube, ja, jetzt klappt es. Jetzt klappt es. So. Kondort geschrieben. Schön erschrocken. Ja, Mann, Alter. Das ist ständig. Ich zog da so zusammen, wenn das Vieh vor mir steht. Völlig der Tausch ist halt auch so ein Problem. Ich weiß nicht, wie viel Luft ich noch habe. Aber wahrscheinlich nicht mehr so allzu viel. Ich sag, wo soll ich denn lang? Soll da lang. Okay, dann gehen wir da lang. Da war ich ja schon mal. Okay, okay. Machst du mir da auf? Das wäre wirklich lieb. Das hängt ja da oben rum. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt hier selber auf. Wann kann ich es nicht aufschlagen? Ah, okay. Gut zu wissen, dass es auch so geht. Okay. 17 Minuten haben wir noch. Okay. Oh Gott, Alter. Hau mir halt auf die Fresse, ey. Kannst du mich mal loslassen, bitte? Ja, lass mich los, du blödes Vieh, ey. Alter. Au. Ob es hackt? Oh geil, 18 Minuten, sehr gut. Ich bin jetzt mal blöd in der Heer. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, aber... Und Navi sagt ja, mal so mache ich das. Aber wir haben echt einen Checkpoint. Ich hätte keinen Bock, den ganzen Scheiß in vorne zu machen, wenn wir hier mal wirklich hier drauf gehen sollten. Okay, da springt der immer runter. Oh ja, Checkpoint, Checkpoint! Checkpoint! Dankeschön! Oh mein Gott, ey. Das wäre echt bitter geworden, wenn wir jetzt vorher abgenibbelt wären. Ah, ah. Der jagt den Vieh, der Herr, oder? Achso, der mag das nicht, wenn das Vieh da rumflattert. Wer nutzt denn zu verfolgen? 19 Minuten. Sagen wir müssen da runter. Ja, müssen wahrscheinlich hier runter. Immer schön das Vieh im Blick halten. Okay, da können wir nicht langen. Wir sollen hier irgendwo raus, ein Fenster raus, Navi. Das funktioniert aber so nicht. Jetzt hast du es kaputt gemacht, Tim. Ich habe überhaupt nichts kaputt gemacht. Alles heil gemacht. Ich weiß noch nicht, wo ich hier weiter kann, gerade. Ah, hier, okay. Hier war ich schon mal, oder? Muss ich jetzt lang? Ich verstehe es nicht ganz. Komm nicht irgendwo durchs Fenster? Ich muss es irgendwie kaputt schlagen. Nein. Nicht wirklich. Okay. Ah, hier wahrscheinlich. Ja. Wenn es aufgeht, dann geht es jetzt auf. Nee, es geht nicht auf. Okay. Er sagt aber, ich soll da quasi langen, irgendwie. Hallo? Will ich hier wieder hoch eigentlich? Nein, ich kann wieder hoch. Okay. Wir werden hier auf jeden Fall wieder hoch. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich gar nicht runter. Sind wir hier wahrscheinlich durch, wa? Ja. Okay. Kann man machen. Ja, machen wir den Filter raus. Irgendwie durch. Na klar ist der Name da wieder durchgeguckt. Ja, ich bin doch, ich bin's doch nur. Ist doch gut, bericht doch nicht auf. Wow, 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 wow. Ich bin nur ich. Ich bin nur ich. Ja, kommt mir halt. Ja, ist doch gut. Ich bin doch nur ich. Siehst du, ich verschwinde hier wieder einfach. Bin einfach wieder weg. Bist du mich? Hier bin ich. Ja, genau. Siehst du? So ist brav. Wow, 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 wow. Easy, 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 easy. Was ist denn los mit euch, alter? Ups. Okay, okay, Bruder. Alles gut. Nein, nein. Aus. Aus. Bist du lieb? Sei lieb. Sei lieb. Soll es lieb sein, habe ich gesagt. Ah. Jetzt sei doch lieb. Verdammt. Ach, scheiß böses Monster-Dingen, ey. Ich zünd dich an. Ich zünd dich an. Hörst du auf? Ah. Keine Ahnung, war das einfach zu warten, bis das Ding verschwindet. Umliegen kann ich sowieso nicht. Guck doch mal im Regal nach. Was für ein Regal. Was ist das Vieh eigentlich? Wer ist das Vieh eigentlich? Der ist gerade voll im Evil-Trip. Aber ich glaube, ich habe ihn abgehangen. So, ich muss jetzt wahrscheinlich wirklich wieder nach da oben. Okay, okay. Nein, nein. Aus. Wisse. Alter, das ist so eine Scheiße, Mann. Ohne Witz, Mann. Man darf eigentlich nicht in Panik verfallen, aber es fühlt gerade irgendwie das... Ah, for fuck's sake. Oh, Medikit. Ja, dringend mich halt immer in irgendwelche Ecken. Ich komme jetzt wieder hoch aus der Scheiße hier. Oh Gott, ja genau. Rennen wir halt genau in die Arme, du kleines Mistvieh, ey. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch, verdammte Axt nochmal? Ja, von hier komme ich. Ja, bla, blub, bla. Hauptsache, er sagt, ich soll nach hinten. Von da konnte ich aber nicht hinlaufen. Wo muss ich lang, Mann? Verfickte Axt. Gehst du? Aua. Meine Fresse, ey. Ach so, was mir egal ist, weil... Ja, ich gucke da nicht so häufig hin. Ich bin nur... So, muss auch... Auf jeden Fall muss ich nach oben. Ich muss nach oben. Das ist Fakt. Und das bringt nichts, eine Waffe zu nehmen, weil ich es damit eh nicht angreifen kann. Ich brauche mal eine Tafel. Ja, ja, rennen da lang. So, sei brav. Ich möchte gerne beides auf. Kann ich nicht beides aufhaben? Ne, das geht nicht. Okay. Rennen da unten lang. Ja, rennen da lang. Ist brav, sei brav. Aber ich fahre jetzt nicht da runter. Ich bleibe jetzt hier oben. Aber vielleicht muss ich hier runter. Ne, ich muss da durch. Und hier lang und da lang und hier lang und da lang und hier lang und hier lang und möglicherweise hier lang und da lang. Ist das okay so? Nein. Ah, wirst du wohl? Nein. Na, na. Oh, wie er voll auf evil trip ist. So, muss ich da unten oder wo muss ich lang? Dann muss ich hier den Aufzug. Ich wollte eigentlich in den Aufzug. Ah, ja, genau. Perfekt. Cut ziehen. Sehr gut. Ah. Ah. Wow, wow, wow. Ob die mögen sich beide nicht sehr besonders? Sei lieb. Sei lieb. Okay. Hallo. Schmeiß mich halt mit dem Aufzug runter. Kann man machen. Oh, ich glaube, der ist Matsch. Der Aufzug hat ihn gekillt. Soll ich wieder ein Aufzug oder was? Frage ist, wenn ich im Aufzug bin, ob der mir was anhaben kann hier. Ausprobieren. Hätte ich schon das gespeichert? Nö. Okay, schön, interessant. Soll ihn geradeaus. Dann würde ich sagen, das mit dem Laufen hat mir ganz gut gefallen. Ich renne einfach durch. Oh, stopp. Loot. So. Machen wir mal da auf. Ja klar, der Aufzug hat mir gerade den Arsch gerendet. Mehr oder weniger. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Sag ich, die Viecher sind hier immer noch. Alter, ich habe ja gehofft, dass sie jetzt mal endlich weg sind. Aber ich glaube, ich habe noch länger mit den Viechern zu kämpfen. Jedenfalls kämpfen ist auch relativ. Wir sollen geradeaus laufen. Was weiß ich jetzt? Fickt ihr jetzt miteinander oder was? Auf damit. Lass doch das. Lass solche Sauereien. Ja, schön den Typen aufessen. Kann man machen. Schnell weg. Was auch immer. Okay. Kann man machen. Okay. Die Viecher sind echt überall, ey. Ja komm, ich verfolge das Ding da hinten. Genau, verfolge es. Dark ist. Okay, das hat nicht funktioniert. Nein. Bin nur ich. Bin nur ich. Sei lieb. Ich weiß. Ich weiß, ich muss da hinten lang. Ja, genau. Genau da muss ich lang. Aber Hauptsache du läufst da lang. Ist ja wieder typisch. Ja, ja, geh. Geh einfach. Geh einfach. Ich will hier einfach nur schnell hier durch und wie viel ich ja möglichst hinter mir lassen. Könnten wir nochmal looten eigentlich. Da kommt er garantiert nicht rein. So. Ich glaube hier haben wir relativ Ruhe. Ich bezweifle, dass er hier rein kann. Okay. What the hell? Ja, kann man machen, ey. Hau mich halt. Ja, ich weiß, dass das der Ray ist. Den Condor-Namen kenne ich doch noch, Meister. Lecker. Hm, genau. Bin echt froh, wenn ich aus dieser Scheiße endlich raus bin, ey. Ohne Witz, ey. Hauptsache die Viecher gehen mir nicht mehr auf den Keks. Ich fühle mich immer so machtlos, wenn ich die dicksten Waffen habe, aber damit ich es ausrichten kann. Okay, wherever, wherever it is, muss er runterspringen, zweifeläufig. Okay, das, ich wollte gerade wissen, ob das Ding tot ist, aber es ist definitiv nicht tot. Hauptsache ich habe nur kurz weggeguckt, oh ne. Ich würde mich gerne mal umgucken, aber kann ich nicht, weil das Befiede mich direkt wieder angreift. Ja, ich habe Feuer. Möchtest du Feuer? Rauchst du? Möchtest du rauchen? Okay, war ja nur eine Frage. Okay. Okay, okay. Kann ich hier irgendwo lang? Muss ich hier irgendwas machen? Okay, okay. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich hin muss. Hier komme ich irgendwie nicht lang. So, habe ich ihn jetzt abgehangen? Ach, hier lang, hallo. Sehr gut, gefällt mir. Da sitzt halt auch schon wieder einer. So. Grantiert hier durch. Dann da durch und dann hier hoch. Ah, 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 ah. Das ist halt wirklich eher so ein Durchrennspiel gerade. Ich will einfach nur freuen, ich aus dieser scheiße raus bin. Ich will da nicht runter. Oh, gespeichert. Sehr schön. Danke, danke. Ja, beim Schlafen stören, da freuen die sich halt richtig, wenn du die aufwechselst. nur ein kleines wesen im schau zu ja 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 sein lieb schläfst du schön ne ja bist ein braves kleines monster schön weiter schlafen so haben wir noch was looten also muss ich sagen wenn sie schlafen sind sie mir am liebsten oh ne nicht schon wieder so ein komischer raum hier wo man nicht ausweichen kann looten 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 okay kein looten ach sehr schön okay ich würde sagen wir haben schließfächer gefunden dass das geheime archiv was habe ich aber hier richtig dicken keine ahnung kanonen drin oder so welche alten papierchen vielleicht liegt es einfach in irgendeiner von diesen schließfächern wo verschlossen ist aha was haben wir da d6 d6 irgendwelche russische schrift kann ich nicht entziffern und nubel verplanen und das klingt nach klingt passend und jetzt den ganzen weg wieder zurück das wäre irgendwie nicht so geil ja es sieht frei aus alles okay ja ja alles okay wunderschön wunderschön dass er so schön durchsprintet und einfach nichts passiert ich bin so glücklich ja echt Randale waren ey also schön die ganzen dinger runterschmeißen jo fortfahren wenn ich die Fiche jetzt endgültig losse kommen die nochmal ich hoffe dass ich die wirklich los bin das klingt nicht so tageslicht also mehr oder weniger kann man machen kann man machen ja ich würde sagen autoworld ist monster autowins na sicher habe ich das geschafft habe sogar freundschaften geschlossen mit kleinen hässlichen monstern klingel ist bei dir wenn du den namen kann das geschafft hat ja Musik klingt nach der ganzen aufregung echt gut Musik müssen wir hier mal ein bisschen genießen also das geht ja mal gar nicht ja das war ja eine lange fahrt ich wurde beauftragt den Funk zu überwachen und die Hoffnung war es die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen und niemand hatte geglaubt dass dies der Krieg wäre der alles beendet ich habe vorher erst mal ein bisschen entspannen hier klar ich weiß auch er war ja auch am funken hier hallo die katakomben runter interessant ja ja ich bin wladimir 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 das ist nett das gefällt mir doch einfach alles nehmen, was ich brauche. Okay, was ist mit dir? Du kannst mir noch Munition verkaufen? Nee. So, dann zeig mal her, deine Munitär- Militärausrüstung. Kann man jetzt ja nicht abgeben, ersetzen, anpassen. Das kann man jetzt ja nicht... Vielleicht können wir die mal upgraden. So. Da gibt es irgendwelche dicken Visiere. Was haben wir da? Militärtechnik aus Vorkrittszeit. Sie ist nachtsig Zieloptik. Okay, bringt natürlich nichts, wenn ich das am Tag nutzen will. Einfacher Schrenger. Das Sichtfeld jedoch einsatzig Nutzung bei engen Tunnels schwierig ist. Ich denke, wir lassen es mal dabei. Können wir ihn noch ändern. Ein Schalldämpfer dran, oder was? Ja, Schalldämpfer. So, eigentlich können wir das mal machen. Ja, bauen wir mal... Haben wir ja angebaut? Ja, haben wir angebaut, glaube ich. Ja, genau. Was können wir noch machen? Laser. Leichtes MG-Magazin. Ah, schön. Weil das kostet alles nix, sehe ich gerade. Das können wir einfach ausrüsten. Das finde ich extrem cool. Können wir nicht mal bei allen Waffen machen dann. So, haben wir hier. Okay, primitive Zieloptik. Schlechter Qualität. Ich glaube, da haben wir schon das Beste, was wir da... Was wir an Waffen haben. Okay, dann haben wir hier noch. Was macht das? Ein Tick Haar, die mit dieser Qualitätsventil... Okay, also wahrscheinlich ein besseres Ventil. Verliert keine Luft, selbst wenn ein Überdruck aufgebaut wurde. Das ist cool. Dreck mal ausrüsten. So, Schroflinte anpassen. So, was haben wir da? Verringert die Streuung. Haben wir aktuell ausgerüstet. Erhöht die Feuerkraft. Ja, das machen wir auf jeden Fall mal. Dadurch erhält sich die Fähigkeit, zwei oder vier Patronen gleichzeitig abzufordern. Allerdings erhöht sich auch der Rückstoß. Egal. Oh, dann könnten wir... Okay, das können wir nicht beides in Verbindung zu nutzen. Wir können entweder nur Schalldämpfer oder das. Dann lassen wir es mal so, wie es ist. So, dann haben wir hier noch... Ein verwässerter Griff oder so. Oh, sollte man auf jeden Fall anbauen. Und Laser-Visier schallt auch nicht. Ja, coole Sache. Nice, ich dank dir. War schon umsonst. Eine coole Nummer. So, was machst du hier? Holzhacken? Ei? Brauchst du Hilfe? Das wird irgendwie nicht mehr. Und du holst die immer aus dem Nirgendwo. Übung, okay. Lüb doch lieber an den Viechern draußen. Dann kannst du auch so viel rumhacken, wie du willst. So, ähm... An Ray und wer da noch so zuguckt. Ich mach mal ganz kurz Pause. Ich muss mal kurz auf Toilette. Ich bin aber sofort wieder da. Ich geb mir... In anderthalb Minuten bin ich wieder da, okay? Bis gleich. Ich bin aber nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt geht's weiter. Ähm, b-b-b-b, wo müssen wir hin? Zu ihm wahrscheinlich. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Ja. Bereit? Äh, ja. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir, die Ausrüstung ist bereit. Wladimir. Bereit. Dann steigt auf. Ich würde sagen, wir rennen den Meister her. Hallo, Artyom. Hallo. Du hast recht, hast wieder gesehen. Wie geht's dir? Welche Basis, die die Ranger sich geschaffen haben? Joa. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Och, ist das auch okay? Mach ich, mach ich. Okay. Ja, ich nehme mir doch das Buch hier mit. Ach, wiedersehen. Bye, bye. Ist jetzt das Tor auch offen hier? Oh, muss ich noch was looten hier? Ne. Das ist das Verlies der alten Kirche. Mhm. Oh. Das Verlies der alten Kirche. Dunkler Tunnel, klappende Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Okay. Unsere Reise zu D6. Der Flammenwerfer, der liegt, gefällt mir. Den würde ich gerne mal nehmen. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auf dem Rassensatz des ganzen Tunnels Gesicht geworden sein. Keine Art. Aber ständig schon wieder Halluzinationen. Mancheinend sind wir die einzigen, die diese Hallos haben. Natürlich, wer würde das auch schon glauben? Vladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Das frage ich mich auch gerade. Oh. Das war wohl zu viel des Guten. Oha. Da ruft uns etwas. Okay. 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 Hallo, Duda. Ich gehe weiter, ich gehe weiter. Hallo, seid ihr lieb? Hallo? Artyom! Artyom! Hm. Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Kannst du aufstehen? Ja? Artyom, was ist das? Was war das? Wir kommen rein. Hier ist eine Luftschleuse. Gut. Anhalten. Ich bin halt ein kleiner Psycho. Ich kriege euch das Große. Boris, schau mal nach dem Tor. Genau, Boris. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Träte sind abgeschnitten. Vlad, wir müssen diese Türe öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibt es Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Rückendeckung. Flammenwerfer, Rückendeckung. Das klingt ja schon mal lustig. Kann man machen. Okay, also alles, was da ankommt, wird abgefackelt. Okay, rechne Maustaste, gar nicht nur linke Maustaste mache. Okay, alles klar. Ja, das war ja klar, dass da was ist. Ich habe ja auch einen dicken Schlammwerfer in der Hand und gucke nach hinten. Okay, das bezweifle ich stark. Ich werde da mal ein bisschen einheizen. Oh. Okay, ich habe keinen Saft mehr. Außer, dann kommt das schon noch. Rennen. Fackel ab hier. Aber wieder schön aufladen, das Ding. Druck erhöhen. Komm, der Scheiß kommt näher. Oh, es kommt wirklich näher. Das Ding. Wir sollten hier weg. Ja, die ist wirklich nah. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt drauf schießen soll mit dem Flammenwerfer. Ja, gib Gas, Mann. Gib bloß Gas. Gib bloß Gas. Mach hin, ey, jetzt komm. Sonst schieß ich da echt gleich drauf. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Komm, komm, komm. Ja, Mann. Voll die Barbecue-Party, Alter. Schönen paar gegrillte Viecher, ne? Darf ich das Ding behalten? Achso, der tauscht das ein, oder was? Das ist ja auch geil, so ein Flammenwerfer, muss ich schon sagen. Wenn ich das Ding behalten kann, ist das natürlich ziemlich genial, muss ich sagen. Wenn das Ding wirklich unendlich Munition hat, wäre das ja ziemlich cool. Aber, ne, ich kann meine... Oder? Doch, ich kann das Ding echt behalten. Aber ich habe nur noch 51, äh, was auch immer. Und nett wär's auf jeden Fall, aber... Für die Sniper eintauschen? Na, ich behalte's erstmal. Aber nachher haben wir gegebenenfalls die... Na, ich weiß nicht so richtig. Ich tausche hier, glaube ich, lieber wieder. Und 50 Schuss für... Wäre jetzt mal ganz nett, das Ding, aber ich weiß nicht, ob wir dafür nochmal Munition finden. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Okay, wir sind durch. Unverwundbar sind wir bestimmt nicht. Lassen wir das hier schnell. Ulmann, Ulmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Na, Ulmann, mach mal. Boris und Stepan entdeckt den Komiker. Artyom und Wladimir. Ihr bleibt nah bei mir. Okay. Längen wir los. Das haut doch mal richtig rein, das Ding jetzt. Warum so heilig, Obers? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie sie wissen. Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wetter, auf mich in den Geschichtsbüchern zu verredigen. Da hat er wohl recht, ey. Wollen wir schwimmen gehen? Ja, mein Feldherr. Wir haben jetzt schon das Gefettbeutelklasse. Wie würde es bitte, ihr sollt auch mein Gehirn nehmen. Ulmann, genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Feldherr, wie Sie sagen, mein General. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier rum. Gleichzeitig machen wir das. Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Ja. Kannst du irgendwas machen hier? Kannst du euch machen? Soll ich irgendwas umlegen hier? Hier noch Knöpfchen drücken? Kann ich nicht. Das ist mein Navi. Navi sagt, ich soll den Schalter umlegen. Kann ich irgendwas machen? Artyom, schau dir mal diesen Raum an. Okay. Dann bräuchte ich meine Tasche. Dann gucke ich mir hier gerne mal den Raum an. Wird ich irgendwas machen? Hier ist irgendwas mit Strom und da ist auch irgendwas mit... Ja, die sehen irgendwie nicht mehr so ganz verbunden aus. Irgendwas auf der anderen Seite. Wir durch. Ja, guck mal durch. Aha. Was haben wir da denn? Oh, ein Teddybär. Der rettet mir jetzt den Arsch. Und irgendeinen Schlüssel haben wir aufgenommen. Gucken wir mal, ob der Schlüssel dazu schon was bringt. Hm, nee. Das ist richtig. Irgendwas, was wir jetzt aufschießen können. Kommandoraum oder so? Hm. Hm. So, gerade jede Ecke, jede Ecke ab, in der ich irgendwo was mit dem Schlüssel machen kann. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt, was ich damit machen soll. Okay. Oh, jetzt mal ein Stumme wäre im Schrank. Überall voll. Er ist ausgerüstet gehabt. Ja, hm. Okay, da oben ist ein Lüftungsschach. Kommen wir da irgendwie hin? Nicht wirklich. Also, was hat man hier denn? Hallo. Dann machen wir ein bisschen Saft drauf da, ob ich das Ding. Und dann geht hier die Post ab oder was? Oh. Okay. Reicht das schon? Weißt du nicht, wo der Schlüssel war? Wahrscheinlich wird das Ding verdient. Ohlmann. Überprüfen Sie den Teil. Ich gehe nicht. Es ist zu dunkel und unheimlich der Dreh. Alter, macht nachtsiggerät an und easy, Alter. Läuft. Scheiße. Was auf hast du sagst. Sollatt. Das ist denn hier scheiße. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das, äh, ja. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn er es schaffen hat, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Näh. Mit Schalterverklänge, die Waffe geil. Ich will auch mal gerne dieser Digger Viererschroff hinteraus probieren. Also, das ist ein großes Zeichen. Okay. Los geht's. Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ich wünschte, Sie würden diese albernen Witz jetzt sein lassen. Hier ist er! Los, Los! Ach, ein Glas Mondschein für jeden muss alles. Wie wäre es denn mit Opelst? Zur Hölle mit dir! Nur ein Komiker! Rauch! Rechts! Schau! 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 relativ gut alleine klar hier muss ich sagen okay mit einer ausnahme von dem das ja nicht gesehen so und weiter geht es im programm schaut mal was hinter dieser tür ist okay weil ich mal auf dann hat er gerade gelacht ding beißt sich am fußball der kreuz war ein lachanfall nein nein das hätte jetzt nicht sein müssen man lachen ist das hat ja schon was von lachen in die kreisleger gelaufen ist vier ja auch boris diese gottverdammten bestien ja mann okay scheißviecher vor uns liegen eine punktstation und ein abwasserteich wir müssen die tür öffnen jetzt mir ein paar minuten okay los keine publikestrufe jemand so sieht der schrubflinte aus mein freund dass du da publiker kameister guck dir das ding das ist eine ak man weil das die übelste spartanische ausrüstung hier die jungs ja ja es was genau alles klar looten ok ist nix ich habe gerade feuer mitgenommen wahrscheinlich wäre das wie ein flammenwerfer gewesen egal kann man nachher verkaufen wäre vielleicht auch lustig gewesen aber ich bin die waffen die wir haben ja allesamt ganz gut deswegen habe ich auch bis von anfang an mit denen gespielt das ist ja eine brühe da schaust du dir an die grüne suppe da ok ja man hat sich wirklich für mich geopfert alter boris rest in peace bruder das klang nicht nett ja 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 Ok, Munitionsproblem Ok, Munitionsproblem Heilige Mutter, das lerne ich mal Munitionsverschwendung Ja man, rot sehen, das war gerade mehr als rot Nur noch Blut gesehen So eine Ammo-Box wäre jetzt nicht schlecht So langsam gibt mir ich die Muni aus, Sniper Munitionsverschwendung habe ich zum Glück noch Rot ist leer und das ist auch nahezu leer Und das ist immer noch Wurfmesser, können wir auch noch nutzen im Notfall Zitkanzo aus Zitkanzo aus Zitkanzo aus